Ja, dann würde ich sagen, kann's ja auch losgehen mit der ersten Gruppe aus Oberhausen, aus dem Tanzstudio Schmetterlinge. Ich hab's ja gerade schon verraten. Die sind heute Pfauen und ich glaube, wenn gleich der Vorhang aufgeht, da werden erstmal alle sagen, ach, wie schön. Ist wirklich so. Also, wir machen das wie immer. Ich sag 1, 2, 3 Vorhang und Sie rufen natürlich auf. Ja, und dann geht's los. 1, 2, 3 Vorhang! Vorhang! 1, 2, 3 Vorhang! 2, 3 Vorhang! Amen. 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 Amen.